Geschnackt! Warum belustet Sie das? Wenn Sie so reden, Herr Eisenring, wissen Sie, Sie kommen für mich wie ein seiner anderen Welt. Geschnackt! Faszinierend! Wissen Sie, in unserem Fleißen wird selten jemand, der schnappt. Weil man in Ihren Kreisen keine Holzwolle stiehlt. Das ist ja klar, das ist der klasse Unterschied. Ich glaube nicht und lass an Unterschiede. Ich bin nicht einfach, ich enthängen kann. Ich begabe es auch friedlich, dass man in die unteren Klassen hier mal noch von Klassenunterschied schwarzt. Sie kreiert er nicht. Oh, 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 oh. Geschenk ist eines der Geschenk ist auch der Wissen schwarzt. Sie kreiert er nicht Menschen nach Fleisch und Blut. Ich rede nicht von Gleichmacherei, versteht sich? Aber warum reichen wir uns nicht einfach die Hand? Ein bisschen guten Willen, ein bisschen Idealismus und der Allerheit und unsere Ruhe und unsere Frieden, die anderen und die Reichen! Zubig. 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 Da habe ich việc eine scissors, zu barren! Ja. Vielen Dank.